herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal heute mal wieder etwas anderes ich teste ja immer mal wieder ein bisschen rum und ich würde sagen das ist so kleines vorstellungs video pack opening ich weiß nicht ob man es so nennen kann von meiner god of war edition genau ich will hier einfach mal ein bisschen technisch probieren deshalb nehmt es mir nicht übel wenn etwas nicht ganz so geil ist hier vorne sieht man ein paar kabel es geht aber nicht anders ich hoffe das stört nicht allzu sehr ich nehme das ganze mit meiner facecam auf deshalb ist das auch so eine komische ansicht sprich meine hände kommen von oben wenn ich es mir anguckt dann ist es falsch rum sprich wenn ich es mir anguckt wäre es so rum für euch deshalb da müssen wir auf jeden fall noch ein bisschen verbessern auf jeden fall will ich hier einfach mal ein bisschen testen deshalb nehmt es bitte nicht zu ernst lasst einen daumen nach oben nach oben ja falls ihr neu seid sehr gerne ein abo und es soll auch gar nicht lang werden das video wie gesagt einfach eine testrunde ihr wisst samstag benutze ich immer so ein bisschen zum testen um andere videos reinzubringen und da dann möglicherweise mich immer zu verbessern dass samstag dann geile videos kommen so auf jeden fall zu meiner edition das ist nicht die normale god of war edition ihr seht es vielleicht bereits ist die god of war limited edition schön mit gold verarbeitet also goldfarbe richtiges gold wird es nicht sein aber mega geil auf jeden fall sieht sehr gut aus hat 89 99 gekostet das normale spiel war damals glaube ich mit einem preis von 69 99 jetzt auch nicht gerade billig aber ich dachte mir ich bin ein sehr großer artbook fan dazu später mehr die 20 euro lohnen sich also für mich persönlich ich habe da hinten auch im regal mega viele artbooks rumstehen genau aber dazu wie gesagt später mehr so was ist in der edition drin einerseits ist eben hier diese steelbook edition dabei finde ich auch ziemlich geil mit dem logo von den zwei schmieden von den zwergen hinten dann noch ein text den müsste man entziffern können ich kann es aber nicht lesen muss ich zugeben ich habe das vorhin mal versucht es ist glaube ich englisch oder es soll wirklich runen sprache sein wenn man das so nennen kann es spiegelt auch ziemlich sehr da muss ich auch gucken dass das nicht so stört auf jeden fall es sind es sind so ich glaube es sind wörter in unserer sprache aber eben mit runen die ähnlich unseren buchstaben aussehen ich kann es aber echt nicht lesen ich habe keine ahnung genau innen findet man dann einen code also hier die cd die ist jetzt gerade bei mir im beruf ich habe sie verbrannt nein in der playstation 4 ist sie gerade drin weil wir spielen ja gerade nur das auf der playstation ja ebenso zettel hier dann eben ein code den könnt ihr gerne eingeben ist eh schon weg den habe ich schon eingegeben für zusatz mist und der zusatz mist ist god of war auf blu-ray disk wer hätte das gedacht in einer god of war edition genau dann die premium steelbook edition also die hülle eben dann das dark horse art book das haben wir hier das zeige ich euch jetzt gleich auch nochmal ich lege es mal irgendwie so ein bisschen so hin was ist noch drin die digitalen bonus inhalte da benutze ich auch tatsächlich einige von und zwar den todesschuh das todesschuhrüstungsset ist dabei ich weiß gar nicht das haben wir glaube ich anfangs verwendet dann später aber ausgetauscht weil es halt einfach nicht gut war wächter des verbanden bild das ist das schild welches ich eigentlich seit anfang benutze ich finde das sieht auch ziemlich cool aus und ja und ein design für die playstation 4 das habe ich selbst noch nicht herausgefunden wie ich das einsetze ich bin ja nicht so playstation affin naja das ist auf jeden fall in dieser edition vorhanden die kamera ist auch ein bisschen doof platziert also wie gesagt es nimmt es mir nicht zu übel ist alles ein bisschen testweise wie ich das hier machen kann und ja will das so ein bisschen stylisch hinlegen genau dann haben wir hier eben das artbook ich mag artbook sehr gerne auch wenn es klein ist es hat doch sehr viele seiten an sich und ich finde für die 20 euro mehr oder sogar nur 10 euro mehr ich weiß jetzt der normale preis eben nicht mehr für mich persönlich für meine verhältnisse dachte ich mir lohnt sich auf jeden fall für meine artbook sammlung genau wenn ich weiß was ein artbook ist im artbook werden einfach die arts aus dem spiel nochmal praktisch aufgeführt hier ein kleines vorwort genau und dann sieht man hier eben schon auf der ersten seite wie gratos praktisch entstanden ist praktisch die verwandlung zu dem heutigen gratos und ja dann werden einfach nochmal so ein paar skizzen zu zu dem spiel hier in diesem buch verewigt und ich mag das wie gesagt sehr gerne da kann man so ein bisschen die entwicklung verfolgen manchmal mehr manchmal weniger sprich manchmal hat man skizzen noch aus den anfängen manchmal hat man skizzen aus dem fertigen spiel ich finde es mega geil auf jeden fall und ich finde es auch sehr sehr interessant noch interessanter würde ich es finden wäre da noch ein bisschen text das hat man in den großen artbooks eigentlich meistens hier dann auch nochmal das sieht eher noch so nach anfängen aus nicht hundertprozentige anfänge aber schon eher anfänge genau also mit text mag ich die artbooks tatsächlich noch lieber da stehen dann immer mal wieder interessante sachen was sich dabei gedacht wurde und was für probleme entstanden sind und 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 genau hier charakterdesign von den charakteren die man so kennt aus dem spiel tiere pflanzen umwelt das hier sind vermutlich skizzen wirklich vom anfang also wo leute im studio das dann wirklich noch auf papier skizziert haben oder zumindest die anfänge auf dem pc dann genau ich weiß auch gar nicht ob ich das zeigen darf weil es ist ja eigentlich limitiert die rechte liegen bei sony ich habe keine ahnung ich hoffe ich kriege da jetzt einfach kein problem wenn ich das hier einfach mal so bild für bild zeige ich meine es ist ja es ist ja einfach nur gezeigt ja auch nochmal die skizzen vom vom frühen anfang würde ich jetzt mal das würde ich mal so betiteln der frühe anfang ja hier noch die waffen die ganzen die man besitzt die ganzen pfeile die die äxte äh da sehe ich auch gerade wir sind glaube ich bei maximum der axt angelangt wir haben ja auch im spiel diese goldenen verzierungen und so weiter genau und hier hört es dann auf hier noch eine dankssagung dass man sich das gekauft und durchgeschaut hat genau und das ist eben in meiner god of war box drin die ich mir gegönnt habe ich muss sagen ich liebe das spiel mittlerweile ich liebe diese box ähm und jetzt wollte ich einfach so ein video machen mal testen mal was anderes testen ihr kennt das ich habe es am anfang schon erwähnt ich bedanke mich fürs zusehen ich hoffe ihr hattet spaß lasst noch einen kommentar da ich werde auf alles antworten und dann sehen wir uns hoffentlich in einem neuen let's play kommt später ja noch eins um 17 uhr monkey island oder im stream heute übrigens auch ausnahmsweise 20 uhr mario odyssey bis dann ciao und dann sehen wir uns mal auf die nächste video und dann sehen wir uns mal wieder auf die nächste video und dann sehen wir uns mal wieder auf die nächste video und dann sehen wir uns mal wieder auf die nächste video und dann sehen wir uns mal wieder auf die nächste video und dann sehen wir uns mal wieder auf die nächste video und dann sehen wir uns mal wieder auf die nächste video Untertitelung des ZDF, 2020